Hallo und herzlich willkommen zu neuen Folge TTT. Mit dabei unser Barnauser Kuras, Walvasar, Sebrus, Anno, Turbos und ich, wie es vor neun. Moin. Hallöchen. Ja, Zombies. Gehst du immer so durch die Türen? Mein Gott, das ist cool. Walvasar. Hat hier schon mal eine Waffe gefunden? Ich bin in der Innozent, weil es sich jemanden interessiert, aber ich denke nicht. Mich interessiert das immer. Hallo. Der Virus, der Virus, der Virus. Oh, ich hab grüne Kräuter gefunden, nicht gar nicht Haie. Kuras folgt mir ganz... Okay, okay. Der Feuchte bestimmt nicht. Ich hab ne Leiche gefunden. Aber die liegt hier schon länger, die vermisst. Die liegen mir herum, tatsächlich. Was, Leiche? Wo? Achso, Zombie-Leiche und so. Da, Jungs. Ne Leiche. Virus, ne Leiche. Virus und... Banause, ne Leiche. Zombie-Leiche. Leiche ist ne Leiche. Ich komm mit mit dir, Banause, du. Alle anderen. Geh doch mal weg. Bist du so durch die Türen? Hä? Jetzt wär geschossen. Ich mein immerhin welche Tote hier. Hä? Man kann auch außen rum. Toll. Ja, kann man. Oh, cool. Wie ne Geistertür. Hä? War, war, war. Ist das richtig? Nein, doch. Dach. Hup, hup, hup. Hup, hup. Wer schießt hier? Kommst du nicht runter, oder was? Mit Waffe. Ne, man schießt hier. Da, wo ist es? Ja. Hallo, und Dach. Hallo. Oh, sind jetzt alle in der großen Halle hier, oder was? Ne, bis auf einer, der woanders geschossen hat. Hallo, ich bin hier. Irgendwer hat oben geschossen. Hallo, Anno. Hallo. Turbos. Turbos ist Traitor. Ich hab gesehen, wie alle geschossen haben. Das stimmt also nicht. Ne. Beweise das. Beweise das. Ja, beweise das. Ne. Ich hör keine Beweise. Virus? Ja. Was ist jemand denn bei der Geistertür? Mich infiziert? Ah, wenn du ein Zombie bist, dann musst du... Äh, willst du einfach zum Traitor arbeiten? Hä? Als Zombie muss einfach Innocence gehindern. Der Virus ist jetzt... Was? Nein! 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 Scheiße, mit dem Kopfschuss hingerichtet, ey. Ich hab plappert, was? Stimmt nicht, ich bezahle auch. Ich hab mir keine Gründe genannt. Also, als Traitor kann man wenig zum Zombie machen, okay. Alles klar. Ja, mit dem Traitor. Ich vertraue mir den falschen Leuten, ey. Du standest da so still, Anno. Da musste ich es nicht tun. Und sowas kann nicht mehr sich trauen. Ey, Rot-Schweiß, dann kündigst du das auch noch voran. Hallo, Anno. Ja, ja, ja. Das war... Das war... Das ist niemand gemerkt, Anno, ne? Ähm, bei Nause, das tut mir echt leid. Du kamst so schnell voran. Ich bin auf der Schraubknappe weggegangen. Ich bin ja gerade erst gestorben. Anno, ich war mir so unsicher. Ach so. Ach so. Ach so. Dann hab ich mir erst gezeigt. Hallo, Anno. Ja, ich will dich erst mal nicht. Ja, vielleicht würde ich dich doch. Ja, vielleicht. Vielleicht aber nicht. Ich hab immer noch keine Rache. Detective hier. Na? Ey, Mr. Detective Man. Da, 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 da. Miros? Ja. Diesmal laufen wir nicht nach. Da, 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 da. Ja, da, da, da. Ey, ich hab hier jetzt in drei Runden, glaub ich, noch nie eine richtige Waffe entdeckt. Gibt Deakles überall. Ja, Deakles. Ich kann mit Deakles nicht umgehen. Ich brauch Schrodi. Irgendwann hause. Gibt's ja auch überall auf dem. Valvo hat den getötet. Hier ist die Leiche. Aber wo, Anno? Ja. Valvo ist Traitor. Alter, Virus. Geh weg. Na ja. Oh. Alter! Valvo? Wir wissen nur noch Traitor. Äh. Ah! Wieso? Ich hab auf den Zombie getötet. Äh, auf den Zombie geschossen. Oder, keine Ahnung. Ah! Ihr brennt's. Wo brennt's denn? Jetzt nimm ich's der Feuerwehrmann. Geistertür. Ist der Virus jetzt schon tot? Nee. Nee, ich bin eigentlich... Ich bin eigentlich Traitor. Ich hab auf den Zombie geschossen. Ja. Wieso? Ich hab... Also, ein lebenden Zombie hab ich ja noch nicht gesehen, ne? W... Wieso? Wieso, jetzt hab ich immer Valvo das sah? Unglaublich. Jeder ist voll gefensterhaft. Schau mal eh auf die Tür, Valvo. Okay, was mach ich da? Mach's einfach. Dann siehst du's. Also hörst du's. Wann raus? Wann raus? Wann raus? Wann raus? Wann raus? Wann raus? Passiert nix? Kannst du klettern, Anno? Nee. Warte. Hä? Die Textur der Leiter hat sich bei mir aufgelöst gerade. Hä? Okay. Die Polizei ist schon da. Okay. Die Polizei ist da. Gerade ist auch wieder so super riesig hier, oder? Hallo? 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 Lass mich durch. Lass mich durch. Tschüss, Zepp. Dann geht's nicht raus. Ist die überhaupt irgendeine Tür auf? Doch, da geht's raus. Warte, ich zeig's dir. Das geht. Echt? Wer ist da? Okodas, 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 Okodas. Ich will dir nur kurz sagen, dann kann's euch lauten, ok? Warum soll ich sie töten? Warum soll ich sie töten? Wann töten wir nicht? Warte, nee. Ich bleib erst mal da, ne? Gute Frage. Nicht überkommen. Interessante Map. Ich kenne mich nur in null aus. Ist das noch? Ja? Bin ja nicht trainierter. Ne, mal komm ich durch. Verleihung der Auslage. Verleihung der Auslage nicht. Nicht so ganz, aber ok. Geh runter. Da-da-da-da. So, jetzt geht's auch nicht weiter. Doch, wie kommt dann? Irgendwie kann man die Zellen auch öffnen. Bitte? Ok, komm mal runter. Auf dem Tisch, ja. In sichern. Nicht so wenig schaden. Oh, da kommt jetzt die Sekunden. Trader sollten eskalieren. Eskalieren! Oh, der liegt auch schon, der liegt schon mal länger rein. War die Tür schön, Servus. Na, Servus, war die Tür schön, oder nicht? Welche Tür? Ich höre die Tür, die du vorhin eingeschaut hast. Du hast es hier nicht gesehen, weil es Traitor-Menü davor war. Blöde, wir müssen 20 fahren. Wo ist Banause hin? Die andere Richtung. Ich höre keinen anderen mehr reden, was ist da drin? Wer ist Leben einer noch? Ich hab nur noch 18. Ich bin schon wieder runtergeplumpst. Okuras ist schon tot. 18 AP. Okuras ist tot. Okuras ist tot. Hast du nie wieder zum Mikrochen? Ja, das hab ich auch gehört gerade, ja. Ich hörte dir niemand... Wenn jemand weiß, dass Okuras tot ist, oder? Hallo? Turbos, ok. Das ist jetzt hier eine... Weil er im TS gemutet ist. Ja, der Boomerang ist ein bisschen daneben geflogen, würde ich sagen. Von wem? Von Anno. Von Anno. Von Anno ist tot, ja. Was hast du ihn getippt? Die Frage nicht, ob Anno tot ist. Ja, die Boomerang haben wir vorbeigeschmissen, dann haben wir ihn abgeschleppt. Und wo? Äh, beim Heli. Oben. Naja. Warst du doch nicht mit uns im Keller? Ja. Ja und dann ist er da rausgekommen und uns mal hin. Genau, ich bin dann oben gelaufen. Oh, ein Heli. Hi. Äh, warte was, wer? Ne? Der Boomerang ist ein Kugas. Wollte schon sein. Die Frage ist Virus, letztendlich. Oh, wenn ich mal eine gute Waffe hätte, ey. Er hat sich noch zu viele. Ach, hier. Was hier? Da? Ja, bei mir, bei mir. Was hier liegt. Eine gute Waffe wäre schon was? Ja, selbst. Valvorik oder Virus? Dann ist Valvorik. Ne, ne, Virus ist es. Na, die ganze Rettung von mir weg dabei ist er selber. Gut, dass ich dich langs begeistert habe. Mal kurz was testen. Warte, brauche ich schieben die Geschichten hier hin. Jetzt ist es gefahren und wir sind aneinander stehen. Ja, aber nicht gut springen voneinander. Kommen wir hier Schaden? Ja, kommt mal. Gut. Das wird der Game transferiert. Gut, dass wir das ausgetestet haben? Ja. Nein. Äh, garam. Es schwebt ein Volk. Kannst du so, warte mal? Kannst du nicht mitnehmen. Das sind die Drogen. Ja. Ah ja, stimmt. Genau. Ich gebe noch irgendeinen Easter Egg für einen versteckten Raum. Aber ich weiß nicht mehr, wie man dahin kommt. Das ist bestimmt ein Trait-Hörer. Ne, ist kein Trait-Hörer. Man kann damit... Oh. Na, komm an. Oder was? Valvorik. Ich. Also Anno auf jeden Fall. Ja, ja. Tatsächlich, da hat der Trait seinen Bumerang verloren. Belief die Zeit davon. Ja. Was der Banause war? Wir haben auch irgendwie niemand mehr gefunden, oder? Ne, wir sind zweieinhalb Minuten über die Karte gerannt zusammen und wir haben kein einziges Mal gefunden. Wie man, wie man mir zuhört. Ja. 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 Doch, hab schon zugehört. Ich hab eigentlich so lange gesagt, dass du den noch gehabt habt, dann könntest. Ich hab einen Hund aus dem Gefängnishaus geholt, weil... Ja, in so einem... Das war der Schwedene Hund, den ich gesehen habe? Wahrscheinlich, ja. Ein Hund? Ah, cool. Ja, ein Hund. Man kennt es speziell, einen Hund zu sehen, aber es ist ein Hund. Virus rennt vor mir. Ist das ein Zombiehund, oder ein normaler Hund? Der rennt da, ne? Ein normaler Hund. Okura steht hier sehr lange im Gang rum. Ja. Abknallen. Abknallen. Wow. Ja, ich kam hier grad hier um die Ecke. Ja. Okuras. Anno vertraut mich. Wir hatten zwei Kunden nur so eine schöne Sendung des Shopping-Clings. An der Vox war das. Anno? Virus? Virus? Anno? Virus? Anno? Virus? Anno? Ja? Na? Hallo? 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 Irgendwann folgt nur und schießt auf mich. Es ist der... Warte, wo? Hä? Ihr müsst eben dann hallo heißen. Ich glaub hallo ist das. Dann ist es der Anreise. Mal wieder, ja. Wer schießt auf mich eh? Schießt auf mich eh? Schießt auf mich eh? Ja, von außen. Oh, okuras. Nicht in meine Richtung schießt auf mich. Schießt auf mich. Schießt schnell zurück. Wo bist du hinten? Du weißt, dass der gar nichts hin los ist, ne? Nur, nur mal zu Hause. Ja, ja. Weiß nicht, was hat man da hin sollte. Also außer das hier. Also wenn ich jetzt tot bin, war es... Habt ihr mir grad zugehört? Was? Ja, dass irgendwer auf dich schießt. Valvo. Ja, Valvo ist es dann. Ja, klar, ne? Ah, okuras auch. Okuras auch. Okuras auch. Okuras auch. Was? Acknowledged. Ne, ne. Du bist schon. Und? Gut Job, Arno. Du hast mir ja nur getötet. What? Gut Job, Arno. Gut fucking Job. Zweimal auf der Welt. Der hat unter dir. Oh, guck mal, ist unter dir. Der ist immer noch da unten. Er lebt sein Leben. Okay. Und wenn du nicht so wärst. Und natürlich soяbte, Wenn du nicht so älten, Das painst du nicht. Du ist nach Hause. Echt mies ey, der Anu hatte gerade aufgeregt, dass er Inu getötet hat und wir haben ihn erschossen. Aber wieso? Hä, was ist da passiert? Also ich hab Anu als gedacht, dass Anu der Traitor ist. Er hat auf mich geschossen und weil er ununterwegt auf mich geschossen hat, hab ich gedacht, Walvo wärs. Es sieht schon wieder darauf aus, dass man Toros gleich am Anfang erschießen sollte. Ja, ne? Das war ich mal in diesem Map bisher, ja. Walvo, hast du schön eingekauft gerade? Zwei von drei Hunden. Vorher war es doch Anu, oder? Der so oft Traitor war. Ja, das ist mein Fasano. Eigentlich bin's immer ich scheinbar. Ich möchte mir den Hund suchen, aber ich find keinen. Vielleicht bist du das immer am auffälligsten einfach. Ja, das ist doch. Das auf jeden Fall, ja. Aber ich hab ihn sicher geschwimmen. Turbos, 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 Turbos. Wir können dich lang töten, ich hab einen Schocker. Hallo, 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 Hallo. Wo bist du denn? Da habe ich mich zum letzten Mal jemanden gekötet beim Hallo sagen. Ja, bei Hause. Hallo, Hallo, Hallo. Hier ist der Diegel, Anu. Hier. Besser als eine Pistole. Okay, aber du schierst nicht welche drin, oder? Hier ist der M16 hier unter mir. Ach, hier sind wir. Ja. Oh, und... Oh, und... Oh, und... Gott, ist die Map wieder mal verbannt? Gutes hier aufgenommen, Anu. Gutes hier aufgenommen, Anu. Gutes hier aufgenommen, Anu. Bokovas? Hier unten ist noch eine Diegel. Hier ist noch mal eine M16. Ist das eine Diegel? Achso. Eine Waffe. Wir bewegen dir? Ich glaube nur der Traitor kann sich diese rohne Knappe drücken. Anu, 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 Anu. Banause, 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 Banause. Banause? Anu hab mich angeschossen. Gar nicht wahr, ich war hier hinten beim Nausen. Anu? Anu? Ne, ne, nicht da noch, Walvo, Walvo, sorry. Hä? Walvo hat mich angeschossen. Ich seh euch ja nicht einmal. Oh, hier, Turbos ist bei mir. Ja, ich hab Schaden. Walvo hat mich angeschossen. Ja, ein netter Versuch, Turbos. Ich hab dir noch gar nicht gedacht. Walvo hat mich angeschossen. Ja, genau. Walvo hat mich angeschossen. Er hat mich angeschossen. Du bist der Wester, ne? Walvo ist bei mir, Walvo ist bei mir, Walvo ist bei mir. Und, wer ist das hier? Servus, Servus, Servus. Anu ist hier nicht da liegen, Anu. Servus, Walvo, Walvo. Du hast aber schon gesehen, wo der Turbos gerade herkam, oder? Dass ich von der ganz anderen Seite kam. Ja, die Map ist ja groß. Hier. Was hat's? Turbos? Ich kann mich teleportieren, oder was? Das kannst du auch, Traitor. Okay. Also, du zu dachten, ne? Ist deine Leicht da unten, oder ist es nur die Zombeleicht? Ah, jetzt hab ich die Fasche anbekommen, hier. Die Leicht ist weg. Kannst du mich jetzt teilen, Virus? Nein, da müsste ich einen Kick kaufen, und ich hab mir einen Punkt schon gegeben. Turbos? Was hast du gekauft? Hier unten ist Banause. Willst du gerne wissen, ne? Was? Ne, ja, ich will wirklich gerne wissen. Leider, wenn es ein Defibrillator ist, kannst du mich töten und dann wiederbeleben. Ne, leider nicht. Ne, leider nicht. Was ist denn mit der Statue hier zu tun? Wenn Menschen noch kaufen? Ähm. Du kannst ja so eine Medaille reinmachen. Hast du ne Waffe gekauft? Dann fährt die nach vorne, aber ich weiß nicht warum. Der Turbos ist auch da raus. Der M16. Hier unten liegt die M16. Was passiert da? Keine Ahnung, du fährst dann einfach nach vorne, aber was dann passiert. Keine Ahnung. Wenn du die Medaillon reinmachst. Warum? Keine Ahnung. Ich würde Turbos nicht unbedingt vertrauen. Ich kann mich auch rumdrehen, hier. Keine Ahnung, Oko raus. Einmal Traitor, immer Traitor. Naja. Da muss ich mal hin. Ich will nicht gerne mal sehen, was hier passiert. Ich weiß es nicht. Die Dingens fährt dann einfach von nach vorne, aber... Taktiv, nimm sie doch. Da liegt ne Nege. Und hier ist der Medaillon hier oben, nämlich. Oje. Taktiv ist in Peace. Mir behakt hier irgendwie grad nicht. Turbos? Ja, hallo? Der Walvo ist auch was. Wie er lacht, das ist, er ist es. Schießt ihn einfach, wenn ihr ihn jetzt seht. Er schießt ihn. Wer? Turbos? Er schießt Turbos. Er verfolgt mich auch schon auf Schritt und Tritt. Ja, ich hätte dich schon lange getötet. Oder auch nicht. Vielleicht schon. Ja, eben. Du wirst wissen, was ich genau hab. Ist schon wieder hier. Ich glaub's ja nicht. Pass auf. Die Distanz. Wer ist denn da? Walvo? Ja. Der schießt? Walvo schießt auf mich? Ich hab ja gesagt, Walvo hat doch nicht geschossen. Was war er? Wer hat jetzt Walvo erschossen? Ich. Servos. Ich. Servos. Servos. Servos haben den abgeknallt. Also Walvo hat doch nicht geschossen. Aber Horus ist da unten übrigens auch noch. Ja, der zielt auch hier. Ach, Horus ist hier Horus. Ja, Horus ist hier Horus. Also Walvo hat doch nicht geschossen. Ja, Horus ist hier Horus. Also Walvo hat doch nicht geschossen. Ja. Oh, Horus, warum zieht's doch nicht? Du musst aber kein Blut. Hab dich angeguckt. Ja, nicht hier. Und lange her. Achso. Hab ich jetzt auch gesagt. Ja. Ich hab weniger Leben, ne? Der ist noch um. Bleib du da oben, ich bleib hier unten. Spirals. Ja. Servos. Das war genauso. Wenn auch los geht. Ein Turbus. Ein Turbus. Ein Turbus. Ich trau Turbus so nicht. Äh, Turbus ist es. Turbus ist es. Turbus ist es. Turbus ist es. Oh, Kuras. Oh, Kuras. Oh, Kuras. Was denn jetzt? Ne, Servos, Servos, Servos. Servos kann er nicht sein. Doch, Servos ist es. Servos kann er nicht sein. Servos hat doch den... Servos hat doch den... Ups. Aber das Ding... Der kam auf jeden Fall von links. Wer war es jetzt? Servos. Na, ich weiß nicht. Ne, okay. Äh. 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 Weißt du was? Der war jetzt der zweite Traitor. Ich weiß, dass du nicht auf mich geschossen hast. Weißt du was das Problem war? Ich hab DNA-Scan auf den Traitor gemacht. Dann wurde natürlich sein Killer angezeigt. Das ist schon klar. Hahaha. Ich hab's doch gar nicht gecheckt, dass... Wer war jetzt der zweite? Okuras. Ja. Oh, echt? Hast du mir auch was getroffen mit dem Ding? Ey, ich sag doch, der hat mich anvisiert. War raus, ich hab ja nicht gezogen, oder? Ey, ich hab ja gesagt, weil er mich angeschossen hat. Traug mich doch mal. Du Idiot. Servus, Servus, Servus. Servus, 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 Servus. Kannst du nicht rechtstange? Ja, ich nix. Ich glaub dir glaubt eh keiner mehr was du, was du da abziehst. Das ist ja das Traurige. Das hat dann mal wirklich passiert und glaubt mir keiner. Ja, weil du immer scheiter bist. Ja, weil du mich schon wieder angeschossen am gleichen Punkt, ne? Haha, ja genau. Ist wie so im Kindergarten. Ja, ihr habt mich schon wieder angeschossen. Oh du, was. Du, was. Du, was. Ich hab's schon mal wieder falsche Anzugesorgen. Die Runde ist genau gleich wie die letzte. Virus wie der Detektiv, Anno wie der Traitor und Okuras wie der Traitor. Ich dachte, ich bin auch ein Traitor. Ich bin auch Traitor. Wo ist Anno? Du musst gleich töten. Ich bin unschuldig. Richtig. Ich bin das unschuldig. Sag dir. Also dann nehme ich die Golden Gun jetzt und schaue, ob du wirklich unschuldig bist. Zerberus! 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 Ne, ne. Wenn Wiese stirbt, bekomme ich auch sein Geld. Oh, hier ist ein Tor. Zerberus, wieso bist du hier immer vorbeigelaufen und hast du? Aber ist das jetzt? Warst du nicht? Valvo? Mir ist Valvo entgegengekommen. Ja, 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 ja. Aber hier ist eine Leiche. Wo ist die? Eine zehn Meter hinter dir. Also wenn ich gleich tobe, dann war es Valvo. Aber ich identifiziere jetzt mal. Taurus? Ok. Ok. Ok, wie kann ich das identifizieren, die Leiche? Mit E. Mit E. Ok. Also eventuell war es Zerberus. Wo war das? Der Anno ist direkt neben mir. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Der Zerberus kam hier hinten in diesem Gang entgegen. Und hier ist ja kein anderer Weg. Und dann entdeckte ich immer hier. Der ist dann auch schnell weggelaufen. Zerberus! 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 Ich will hier Schüsse, aber ich weiß nicht wo. Ja, ich habe gerade Zerberus getötet. Er hat mich auf mich geschossen. Hä? Und wieso bist du denn nicht? Oder Anno? Ja, aus meiner Sicht bin ich. Aus meiner Sicht bin ich. Aus deiner Sicht bist du es nicht. Anno kann es aber auch noch sein. Ne, Anno ist es nicht. Der ist ja nicht Zerberus verraten. Ja, weil der dein Kollege ist, oder was? Zerberus ist der Traitor. Hä? Ich dachte, ich bin Traitor. Ne, Zerberus. 100%. Na, aber ich bin's doch. Hä? Was ist hier denn eigentlich gelaufen? Schau an. Du bist es ja auch, ja? Okay. Du bist der zweite. Anno ist so. Anno ist so. So was folgt mir gerade hier. Ja, du bist Zerberus. Bist mein neuer Detektiv. Detektiv ist ja tot. Echt? Auch schon? Nee. Vorsicht, Taube, 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 Taube! Das ist die Taube, oder? Ja, aber sie ist schlecht. Wer, wer war's denn? Taube ist Traitor. Das ist ne schlechte Taube, die töten niemanden. Durvus? Durvus und Waldo? Was wird's? Waldo? Ich bin, ich bin's nicht. Wo war Zerberus Virus? Ich bin Detective. Ja, aber wo war Zerberus? Das ist die Frage. Äh, Zerberus war... Bibliothek. So. Okay, gut. Töten kurz. Also, ich geh mal weg von euch. Hier ist ne Leiche, ich weiß nicht. Äh, Detektiv, kannst du mich wiederbeleben, wenn ich sterbe? Äh, nee, das ist er ja. Ich hab getötet da. Kann man den Traitor wiederbeleben? Ja, kann man. Kann auch Innocent wiederbeleben. Aber wenn du als Innocent wiederbelebt wirst, darfst du nicht drehen. Und das ist ein Rorsch. Achso. Also, Anno ist safe nicht. Ähm, Waldo oder Banause. Du bist... Du bist so sicher, dass Anno nicht ist. Weil Anno Zerberus verraten hat. Das wär ja dumm. Naja. Ist nicht verraten, sondern ist den Verdacht abschieben. Ja, wär trotzdem. Zerberus weiß ja. Okay. Banause. Zu Banause. Na? Lass dir nicht zu nahe kommen. Wieso? Was hat er denn? Ja, er oder... Weil wo sinds? Er hat eine Bibliothek. Naja, ich bin's. Ist ganz klar. Kann nur der Traitor sein. Ich hab doch auf Taurus geschossen am Rundenanfang. Wieso liegt denn da jetzt noch aus? Das ist Zerberus. Das ist Zerberus. Du hast ihn nicht mitgenommen. Erstaunlich. Eheh. Bannause! Ist das so da? Anno. Nein, weiß nicht. Er rennt gerade noch so durch die Fliege. Äh, Walvo du lebst noch, ne? Jep. Also... Du bist jetzt ein Nein gesagt. Also, wenn du jetzt tot gewesen, dann hätte ich sofort Bannaus getötet. Also nochmal. Walvo lebst du? Du bist ja mich. Du bist ja mich. das war doch mal, weil wo lebt's kill mich einfach, Turbus, kill mich, du willst es doch auch das ist nicht, wer du bist wir finden's in deinem Lügen, mein Gott ich... ich bin zu... ich ergeht hier leider nicht du bist doch alle, dass es du bist, Turbus wir wissen's doch alle aber ich will's teuer, jetzt ist es auch schon gegen mich geh' frisch ange... gespawndet schon geh' ich gegen dich wenn du nichts machst, machst du keine... ah, scherb' ich bin tot hä? ich hab' keinen Fallschreiben bekommen aha ist die Höhe vielleicht noch okay? ne, ich hab' nicht von ganz oben oder von dem mittleren? oder? bist du vielleicht noch vorher hier drauf gegangen? auf diesen... Panause er hat halt die Waffe geholt ok, das waren die letzten Worte von Anna ja, Panause ist es ich bin doch nicht, hallo ich bin doch nicht, hallo irgendwelche letzten Rechtfertigungen Turbus ist auch so still und auch abgenuckst ja, wir sind die letzten Beine, oder? nein, ich bin auch ich bin auch noch da ja, oben auf der Veranda ist er beim Hauptraum ähm pfff mit ich bin doch ich bin doch bei dabei ansprich mit Ach jaaa! Unglaublich! Wie ist niemand beliebt, das ist nur F. Ja, bist du der Einzige noch? Du, ich auch! Das ist viel besser! Unglaublich! Super! Gib dir mir einen Schubflint ohne Munition! Ich glaub's nicht! Ich hab deinen Schubflint aufgelesen ohne Munition! Traut mir doch einmal! Nein! Dann hätt dir in der Räte nur drei Leute sein können, deswegen ist das... Ne, Anno konnte es nicht sein, der Zervus überführt! Ja, Anno, deswegen sag ich auch drei! Das heißt, überführt! In der Ecke waren drei Leute! Also ich konnte ja auch nicht gewesen sein, ich wollte ja Trailer... Du kamst aus diesem Durgang, wo halt nur dieser Raum hingeht, also du müsstest an dieser Leiche vorbeigegangen sein, und sie waren nicht identifiziert und du hast nichts gesagt, deswegen war eigentlich der Verdacht nur da... Ja, und als Traitor macht es ja keinen Sinn, seinen Trailer-Kamerasen zu überführen, so gesehen, wenn man ein Schatzlisten abends selbst klagen könnte. Ja, aber Turbos, wenn du sagst, wir hätten die Runde gewinnen können, und dann... Ich sag mal, hast du mich dann beschuldigt! Das war das Witz! Also mach hier mal! Wann kannst du dich gewinnen? Jetzt ist es sinnvoll, mal Turbos nicht! Anno hat mich angeschossen! Ich hab nur noch 24 Munition und Anno hat auf mich geschossen! Da kann man Dauerschuss machen! Bin ich denn schuld daran, dass du weniger Munition hast? Ich weiß auch nicht, aber es ist halt Feuer! Wir sind doch schuld, dass es draußen regnet! Klar, ich hab ich auch nicht ein mieses Leф. Oh구! Oh, wir kommen hoch... Schieß einfach mal einmal vor dem Ding von Boden. Ja, ja, genau. Ich kenne auch meine Waffe gewesen, oder? Hm, diese Waffe gibt es hier nicht. Also wenn es eine Tötewaffe gewesen ist. Ich habe Kräuter gefunden gegen Gift. Ja! Geil! Was denn Gift? Wann aus, wer hat dich Walvo angeschossen? Nein, ich bin von dem komischen Kühlschten. Das ist das gleiche. Zermus, Zermus. Das ist das selbe. Sag einfach ja. Hilfe! Dir geht es nicht aus. Äh. Du musst Frank Leute auf seine Seite ziehen. Äh. Fragen wir mal auf seine Seite, was heißt denn das jetzt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist auch ein Ende dieser Satz, oder? Wer ist das? Wer schleicht hier rum? Walvo schleicht hier rum. Walvo schleicht hier rum. Walvo schleicht hier rum. Was ist angeschossen? Ja. 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 Wer war es jetzt? Das weiß ich nicht. Ach, die Wand hatte ich abends geschossen. Ach so. Ja. Oh, hier ist Feuer. Wo bist du hin bei Nauser? Ich versteck's. Ich versteck's. In deinem Magen. Okay, da liegt es. Wer ist da eine Leiche? Aha. Okuras ist tot. Hier liegt. Der Detective liegt hier. In dem Hauptsaal nenn ich's mal. Oh Gott. Oh Gott. Da sind ja nicht mehr so viele Leute. Sind ja nicht mehr so viele, die dann verdächtig sind. Ja stimmt. Von Nauser? Ja. Anno. Anno. Anno ist mir entgegengekommen. Ja. Anno. Der Anno hat Arsch lange nicht mehr. Hm. Im Moment würde ich eher glauben, dass Anno kein Traitor ist. Ich habe nicht. Ich sehe mal jemanden von euch allen. Hab ich eigentlich auch gut. Ich bin ich. Derzeit muss er mich gewischen. Haha. Weil wenn die beide im Hauptraum lagen. Oder liegen. Ich hab nur eine im Hauptraum gesehen. Ich hab vorhin nur die vom Detective im Hauptraum hier gesehen. Wo soll denn hier noch nur eine sein? Das ist die Frage natürlich. Wobei auf der gegenüberliegenden Seite vom Detective ist auch Blut. Aber bei meinem Glück komme ich da auch nicht heil da runter. Der Panause und Walwasser sind auch irgendwo noch. Der Panause sagt vor allem schon lange nichts mehr. Stimmt. Hi. Virus? Ja. Ist das noch eine Weiche gemacht? Ja. So. Haha. Identifiziert hab ich ihn. Wie oft warst du bei der Anno? Ein, zwei Mal. Aber ich dachte es mir schon an. Weil in dem Moment wo ich gesagt hab Okuras ist tot. Hast du voll übertönt. Ah hier irgendwas. Ja. Und als du gesagt Okuras ist tot. Wusst ich wo du bist. Dann hab ich gleich auch getötet. Haha. Ich hab es deswegen gemacht. Na gut. Dann würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst uns ein Like da. Und wir schauen. Oder schaut das zum nächsten Mal wieder ein. Bei TTT. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter mit einem Abo. Ich verpasse hier keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.